Sarajin Wolny spricht Klartext, sie fühlt sich von Tinoch vernachlässigt und wünscht sich mehr Initiative von ihm. Doch ein gebrochenes Versprechen ändert die Situation. Auf Instagram wirken die beiden wie frisch verliebt, doch die Realität von die Wolny's Nachwuchs Sarajin und ihrem Freund Tinoch sieht das offensichtlich anders aus. Punkt Als sie auf der Insel der Versuchung bei Temtation Island VIP über die Beziehung spricht, wird nämlich schnell klar, die Beschreibung eines Traummanns ist das nicht. Die Wolny's Tochter lästert im TV über Beziehung zu Freund Tinoch.Sara Jane Wolny ist unsicher, ob Tinoch tatsächlich aufrichtige Gefühle für sie hegt. Trotz einer vierjährigen Beziehung hat er ihr noch nicht versichert, dass sie seine Traumfrau ist. In der neuesten Episode enthüllt Sarajin weitere enttäuschende Einzelheiten. Punkt In der Villa der Frauen teilt die Tochter der Wolny's mit, dass sie sich von ihrem Partner oft vernachlässigt fühlt. Ich habe oft das Gefühl, dass er mich an die letzte Stelle stellt und Sachen vergisst, die mir sehr wichtig sind, beklagt sie. Punkt Sarajin Wolny ist enttäuscht von ihrem Partner, es kommt halt nichts. Vor der Teilnahme an Temtation Island VIP planten sie, sich gegenseitig einen Brief zu schreiben, um an den anderen zu erinnern. Doch Tinoch priorisierte sein Sportprogramm und das Packen seiner Koffer. Dann sitzt er ganz gechillt bei mir auf dem Bett und sagt, tut mir leid, ich habe den Brief vergessen. Da war ich schon sehr enttäuscht. Ich hatte einen Brief geschrieben. Sarajin würde es begrüßen, wenn Tinoch sie häufiger mit kleinen Überraschungen erfreuen würde. Punkt Das besprechen wir immer wieder. Ich würde mir wünschen, dass mehr Initiative von ihm kommt. Es ist auch immer wieder ein Streitpunkt, dass er so einfallslos ist. Mal einfach vor der Tür bei mir stehen und mich überraschen, ist kein Hexenwerk. Aber es kommt halt nichts. Tochter von Sylvia Wolny packt über ihren Freund aus, darum hat sie Misstrauen. Eine gemeinsame Wohnung kommt für die 26-Jährige daher nicht in Frage. Ich bin nicht bereit, weil ich Angst habe, gesteht sie offen. Punkt Durch die Teilnahme an Temptation Island VIP hofft Sarajin endlich Gewissheit zu erlangen. Punkt Mir würde Sicherheit geben, wenn ich jetzt sehe, dass er mit den Frauen nichts macht, was mich so richtig verletzen würde. Dann wüsste ich, egal, was für eine Frau kommen würde, er würde standhaft bleiben. Punkt Es bleibt abzuwarten, ob Sarajin und Tinoch tatsächlich als Paar die Sendung verlassen und den Treue-Test bestehen. Punkt Die Vorschau verrät allerdings bereits, dass Sarajin mit den Bildern, die ihr Freund ihr liefert, gewaltig zu kämpfen hat, so sehr, dass sogar Mama Sylvia Wolny bei Temptation Island VIP aufschlägt und ihre Tochter tröstet. Punkt Möиж Punkt Mö Level